MAAAAT Yo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dragon Escape Minigames und ich hab das grad schon aufgenommen und hab einfach gewonnen, obwohl ich die ganze Zeit voll am abkacken bin. Nur so zur Info Leute, ich kann den Spielmodus nicht und es fuckt wirklich, ja man muss sagen, es fuckt schon ab wenn man dann merkt, dass die Kamera nicht aufnimmt gönn ich mir auf jeden Fall und alter die Map die ist auf jeden Fall confusing und die Spieler scheinen nicht schlecht zu sein das heißt, man weiß nicht was uns hier wartet, also hinter uns ist halt ein Drache, der macht so ein bisschen Stress der kleine Affe meint so einen auf Boss zu machen nein und der ist halt hinter uns ich hoffe, dass ich nicht unschaft bin in der Kamera okay Leute wenn, äh, ich würde mich auf jeden Fall gerne über Rückmeldung, äh, über meinen neuen Banner freuen schreibt das gerne mal in die Kommentare wie ihr den so findet nice okay, das war jetzt Glück ähm, wie ihr den so findet, würde mich auf jeden Fall freuen was ist das jetzt? through hell through hell, okay äh, ich glaube, das ist irgendein Höllenjump oh Mann, Alter oh Mann das ist, glaube ich, der schlimmste Sprung von also Leute, jetzt habe ich nur Pech gerade hatte ich richtig Glück aber, ich muss natürlich wieder mal in meine warum Kamera? warum? ich, ich denke, wetten wenn sie jetzt schon wieder nicht aufnimmt, Alter ich werde mir sofort auf Amazon so eine Webcam holen mir reicht es langsam wirklich mit der Kamera es ist zwar viel Aufwand und ich habe eine sehr gute Qualität damit aber ich glaube, langsam Alter, ich gönne mir das langsam nicht mehr das ist jetzt schon der 15. gefühlte 15. Aufnahmeversuch und hä? ich laufe dem einfach hinterher okay oh shit, Mann oh shit, da kommt der Drache dieses Liebling-Ding ist doch kacke, Mann das ist doch scheiße, einfach Dragon Escape Dragon Escape bester Spielmodus EU eigentlich hatte ich auch gerade noch einen Mitpartner der nur jetzt leider offline gehen musste weil er leider das jetzt offline musste weil ich jetzt schon so lange gebraucht habe für diese Kack-Aufnahme äh das gibt es doch nicht naja, Leute wir machen das Beste draus aber Leute das ist der Spielmodus das ist etwas schwieriger ich habe einfach ich habe äh naja das wird wieder witzig beim Schneiden das wird wieder witzig vor allem ist es jetzt schon wieder eine länger als eine okay, warte mal hier habe ich aber vor ne, ne, hier verkacke ich die ganze Zeit an einer Stelle wird nicht verkackt wieder an dieser Stelle genau an der Stelle ich schwöre es euch, Leute hier, das schaffe ich noch das schaffe ich auch noch so, hier kann man jetzt mit dem Lieber zack ich nehme den Weg, Leute ich nehme den Weg weil ich ich mache es so, jetzt kommt gleich die mühse Stelle ne, das war die noch nicht das war die noch lange nicht ich weiß nicht wann die kommt jetzt kommt schon mal so ne Kacke man warum spiele ich so ne Kacke, man oh okay Leute schreibt mir auf jeden Fall gerne Minigames in die Kommentare wir gehen langsam die Minigames aus bitte, bitte, bitte würde mich auf jeden Fall freuen wenn ihr einfach mal ein schönes Kommentar schreibt äh irgendein Minigame meinetwegen auch auf eurem Server keine Ahnung Syndicate Games habe ich glaube ich schon gebracht ich weiß es nicht meine Kamera ist ein bisschen schräg das guckst du mich so an, ey genau, hier habe ich vorhin gewonnen okay, Leute hier habe ich vorhin gewonnen das heißt wir gewinnen jetzt nochmal ne, Leute ihr wisst Bescheid so, jetzt gibt es hier nämlich gleich irgendwo eine Abkürzung die ich natürlich jetzt schon wieder vergessen habe ah, ich weiß es wieder so, jetzt hier das ist das Kackspiel schlechthin es gibt so Momente da fragt man sich warum spiele ich so einen Scheiß und dann im nächsten Moment weiß man ach ja da gibt es Leute die gucken sich sowas an äh dann denkt man sich einfach nur so jo ich spiele als Dragon Escape Leute ich spiele als Dragon Escape man so Leute jetzt gewinnen wir jetzt gewinnen wir so, zack 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 warum bitte? waaah was macht mir Füten dieses Fickspiel vor allem es leckt einfach wie scheiße mann ich habe mir eine Tastatur gekauft äh dies ist die Razor Black Widow äh in der Chrome Edition eigentlich ganz geil äh ich mag das mit den Farben und so finde ich auf jeden Fall ganz geil lol alter oh mein Gott oh mein Gott wenn es jetzt jetzt ist es wahrscheinlich wieder es ist die Höllen Map es ist einfach wieder die Höllen Map Anstrengung Konzentration ich weiß zwar dass ich gleich schon wieder wegen irgendeiner Scheiße sterben werde aber der Typ ist schon mal vor uns gestorben guck mal auf jeden Fall du Ruhrensohn wu-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-